Es wird investiert weltweit in Ackerflächen, weil Land wird knapp, Nahrung wird knapp, das große Kapital hat die Sache entdeckt. Dass man kleine Bauern von ihrem Land vertreibt und dort große, industriell organisierte Landwirtschaft betreibt. Wir haben ein Fördersystem in der Europäischen Union, das nicht den Bauern fördert, sondern die Fläche. Das heißt, je mehr Hektar, je mehr Geld. Das ist ein großer Problem. Was muss man auch sehr deutlich sagen, mit korrupten Regimen Landgrabbing gemacht wird. Das heißt, Konzerne eignen sich Land selber an, um für den europäischen Markt zu produzieren. Ihr werdet sich auf die Bank lachen. Für mich ist das eine neue Welle des Kolonialismus und uns eines Tages teuer zu stehen kommen wird. Wenn ich meine mit einem Das ist ein Ding, Ben.